Hallihallo und herzlich willkommen zu MojoTV wieder mit Mo und ich hatte vorhin schon angekündigt dass ich noch mal was anderes streame und zwar streame ich jetzt Yakuza Zero und wünsche euch dann auf jeden fall viel spaß ja ich hoffe ihr hattet einen angenehmen Tag nicht soweit soweit schon kann ich eigentlich nicht beklagen und ich starte starte mal das spiel das könnte jetzt ein bisschen tricky werden ich muss erst mal wieder gucken wie ich das dann wieder und screen bekomme ähm ähm das ist eigentlich das ist somit der beste Yakuza Teil sofort like a dragon hätte ich gesagt ist auf jeden fall der beste Yakuza weil wir halt Goro und ähm Goro Majima und also Goro Majima halt schon mal als ähm normalen jetzt noch nicht so durchgeknallten erleben überhaupt die ganzen Minigames und so weiter aber ich muss jetzt sagen obwohl ich es schon mal gespielt habe habe ich relativ wenig Erinnerungen und das Game gerade Hi Annika na wie gehts so ja jetzt muss ich mal gucken ob ich das Game irgendwie wieder in den Vollbildmodus bekomme oder borderless oder borderless und wegen ja so wesentlich besser danke dir Fuß wieder heile ja dem Fuß geht soweit schon wieder ganz gut ich bin wie gesagt diese Woche noch krank geschrieben aber ähm diese Woche noch krank geschrieben aber doch geht geht soweit schon wieder gut ja gut gut und dann gehe ich jetzt wieder aufs Game dann machen wir jetzt mal New Game ja normal ist in Ordnung nein ja 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 Wie geht's? Wie steht's? Gut, gut. Ja, das hört man gern. Okay, warum hat's jetzt eben geruckelt? Alles senkrecht Keude, ja, doch. Doch, so war schon. Ich dachte halt, ich streame jetzt nochmal was anderes, damit das... ...damit der Tag nicht so auf so einer unerfreulichen Note endet. Hm? Hm? Wie nochmal, ich habe gesagt, ich dachte mir, ich streame nochmal, damit der Tag nicht so auf einer unerfreulichen Note sozusagen endet. Also so negativ wegen dem abgekürzten Stream, meine ich. Emi-chan, ich bin noch nicht gut, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Takt nicht in diese Zeit, ich habe keinen Tag, ich habe keinen Tag. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen, ich sage, ich habe einen Tag, ich habe einen Tag. Dann kann ich auch noch einen Plasen von der Suite. Ich habe selbst mit mir und ich, ich bin mit dem Morgen, ich bin mit mir. Ich bin mit dem Morgen. Okay. Oh, 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 oh. Wer seid ihr? Ich bin spätestens dann auch wieder am streamtechnischen Start, am freitag also ich bin ab morgen erst mal bei meiner bei meiner mutter also fertig gibt es jetzt morgen und donnerstag kein stream Ich bin spätestens dann ja das ist glaube ich auch besser was meinst du ist glaube ich besser ja mache ich grüße ach so ja das schadet nicht hier so jacquard na uchi ni konee ka nieじゃ 君の腕っぷしなら yakuzaやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけであげる それだけじゃない 金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる yakuzaは下積みが長い 手取り早くの仕上がるには家に来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが 3年前にその言葉を聞いてればそうしたかもしれませんけど 一度国道になったものは時間を巻き戻せない それが答え はい やすい でも誰か知っていることを知っているんだ それはやすい あなたはやすい やすい やすい はい そんなに気づいた いつでも連続してくれ じゃあ Wie muss ich auch einfach mal die fps begrenzen vielleicht hat es damit was zu tun das ist so gut ich meine ja nur ja was natürlich recht bei meiner mutter hat auch nicht gerade viel spielraum sowas lebensmittel und so ich weiß nicht ob es umgeht aber naja lass uns mal lieber später drüber reden ja genau ja machen wir ein pieper wissen die meisten leute ja heute auch nicht mehr was das für ein ding ist das soll jakuza zero spielt in den 80ern nur zur info chapter 1 bound by us also gebunden durch schwur und man das übersetzen this is when nishiki said he meet me guess i beat him here 724 106 so that's a code for what you're up to i'm waiting for your slow ass to show up so ja dann wollen wir nishiki mal finden und ich habe dich liebe spieler wird vielleicht erst mal eine runde mario party kannst du ja vielleicht auch mit dem Nächste holen für MotoTV, wenn du sie leisten kannst. Ja, kann ich mal. Tja, wer so außer uns soll das dann machen? Hey, somebody's coming. Was? 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 Ja, ich glaube... Press repeatedly to perform a rush combo, this is the most basic method of attack in battle. Press triangle during a combo attack to perform a finishing close that knocks the enemy down. Knockdown effect varies depending on the number of times it was pressed, so try it in a few ways. The yellow guard on the top left indicates your health, the game will end if the yellow part is fully depleted, so keep an eye on your health at all times. Remember the guard reaches red, it means you're in very bad shape, you should replenish your health immediately. Health recovery methods, use a recovery item, eat something. Press kreis, near an enemy to grab them, an enemy is guarding to block your attacks, grab them and attack to deal damage. This is also a nice overtreat. The training is now complete, it's time to bribe the scrims of your opponent's faces. If you get hit, you can strike back right away using... This is called Wizarded Counter. You can gain money by knocking down or defeating enemies. Depending on how you do it, you might get a bonus to try a range of different moves. Yeah, that's right. In this part prügeln wir Geld aus den Leuten. But there was no IP, there was no money. This is also all elements that we can see later from Lost Judgment with this enemy bonus and so. Nice, then bis später, ja bis später. No, it's not a problem, right? Nishiki. You know, you didn't come to the next time until you've ever been here, so I thought you had to be a good time in the next meeting. Thank you, Nishiki, yeah. No, no, no. You've never been here for a long time, so you didn't come to the next time. No, no. Maybe you were Tomlin's best to meet him. Just the first time for a long time. Why did he have to deal with two stars? Well, no, he's not a star. Just the second time. Okay, well, look at this moment. Well, you can walk away and walk away with me, man. You're not going to take care of me. You think that's pretty easy to meet him? Oh... Danke. Hä? Nein, ähm... Das ist so schlecht. Ich bin gut. Gehen wir, Nishiki. Nicht so nach dem Motto. Ich muss gleich mal, wenn ich kann, in den Einstellungen gucken. Wenn ich jetzt wahrscheinlich auf der Playstation weniger Probleme kenne. Was sagst du? Es ist eine so blöde Zeit. Wir müssen uns ein bisschen Spaß machen. Wir müssen uns ein bisschen schlafen. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Nein, ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Das ist zu schauen, die ich schon ungefähr mit dem Aufmerksamkeit bin. Oder kannst du sowas сам wenn nicht mit 50 Millionen Euro machen. Aber sonst würden die du dannen, wie wahr. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin natürlich auch alles im Køben. Ich denke schon mal. Ich bin ein Fatsamon. Das ist auch ein ganzes Mal. Was ist das? Die meisten von den anderen sind es... Tch, ich verstehe. Ich hätte nicht mehr zu essen, aber ich hätte nicht mehr zu essen. Ja, das war ja so. Gut, ich werde auch noch mal zum Pinkdorie gehen. Da gibt es eine gute Verkaufnahme. So, jetzt will ich gerade noch mal in den Settings gucken. Okay, Vertical Sync ist schon enabled. Vielleicht sollte man die Refresh Rate auf 60 jetzt runtersetzen, vielleicht hat das Spiel damit weniger Probleme. Äh, okay, es ändert gerade nichts. Ich habe doch die Refresh Rate runtergestellt. Hm? Okay. 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 Ich glaube, das ist ein Wettbewerb. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so fühle. Was ist das? Ich bin jetzt ein Wettbewerb, aber ich bin tatsächlich... Ich bin tatsächlich... Das ist ein Wettbewerb, das sieht gut aus. Come on, you're in the way. What's ever? What's your problem, bro? You got a problem? You'll be in the middle of some important business. Hey, old man. Quit talking to those them. You're not done here, up. What's a... What's an old man? You snot-nosed little punk. Oh snot, whatever you said. Oh, now you've done it. Yeah, come on, Grandpa. Take your best shot. Screw it. They're completely wasted. It's not worth the trouble. Let's make a different road. No need. I've got a faster way to fix this. Oh, yeah. I just need to sober them up a bit with my fists. Yeah, I kill you, Alice. Again, I can't tell if you're a sadist or a charity worker. What are you brabbling about? Stay out of this. Yeah, butt out, you butts. Three Klu Klung bars on the top left. Ah, the Heat Gauge. The Heat Gauge starts at first bound as you attack enemies. The Gauge fills up, shifting to a second and third bar. At each level, your speed increases. Some moves require a certain level of heat. So once you are used to fighting, keep an eye on your heat level. The Heat Gauge shifts to a second or third bar. Your body begins to clover the blue area. It's called Heat Mode, and it signals that you can use special heat actions. Try using heat actions while hovering up the trunk here. Sh Tsch 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 Tsch. Training is not complete, Das concludes the explanation of the Heat Guard and special moves. But two Trunkheads still need some Sobreti beaten into them. If you take a fight stance using a run movement of L-Center around the enemy in front of you, this is effective when you want to focus your attacks on a single enemy. Okay, I have to look at it. Somehow I have to limit the FPS, but it doesn't exist. Where am I? What am I doing here? And who are you? Sounds like they throw them up. Must be your delicate touch. I remember watching music videos at the bar, then we got to talking about what idols we like. Yeah, some smart ass started making fun of poor sweet Soko-chan and then my head's rubbing. I can't remember past that. I think you two have had enough for tonight. Go home. Yeah, oh, wow. You okay, mister? Yeah, I'll walk you to the train. Take it slow. Oh, thank you. You are awful. Considerate for a kind of your aid. All's well that ends well. That's it. It's a bar. Yeah, completing certain challenges will earn your CP. Completion points. Confuse them from the pause menu. Under completion list, some are things that will probably happen on their own. As you play the game, what does this really require a more deliberate effort? Visit temples or shrines to accept the CP exchange menu. Where you can spend CP to earn special blessings. Render from being able to sprint for longer distances to earning more cash from fights. They're a big help, so take a look. Okay, let's go. Settings. Graphic settings. Vertical sync. Disabled. Target display as monitor one. Okay, let's go. Mhm, yeah. Mhm. Das kann man in welche Render scale. Mhm. Mhm. Full frame-rate cutscenes. Vielleicht muss ich die mal enable. Mhm. 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 Und der Cutscenes in Full-Frame-Rate. Vielleicht hat das damit dann zu tun, dass das immer so... ... Ah, Full-Screen-Mode irgendwie... ... ähm... ... vielleicht... ... muss ich mal Full-Screen machen. Hm. Hm. Not a damn shame, I say. Hm. You got a punch like two-ton Gorilla and you got wasting it on Trunks. What do you think that talent was meant for? All that raw fighting powers. Look, I just helped a couple of guys who work some alcohol. Yes, that's the point. That's the problem. You want to talk alcohol? You like taking one swing from a vintage bottle and tossing the rest. Hm. Going from the looks of you, you're a Japanese Mafia, yeah? Something like that. Yeah, seems like you're pretty confident in the fight. A real dynamite boy. You're calling me a boy? Don't get ruffled now, kid. Compared to me, you're practically a toddler. Hey, Qyo, what's holding up, man? It's nothing. Be right there. No sense resting time on this trunk. I should just go. Too much booze is bad for you, Gramps. Take care. Hey, now hold up. Wait, I have one piece of advice for you. I've got a friend waiting for me. If you've got something to say, make it quick. Oh-ho! Out for a night with your main dog. Me and the boys used real racket back then with your age. If you spend all the money playing around, you'll never get stronger. You've got to invest in yourself. What, like a dual membership? No, no, no. It's no better than spending it on booze. I'm talking about investing in yourself. Literally. What's that even mean? Can't you ask, my boy? Here's a special lecture. Just for you. Great snow available. Oh. You keep pouring the money into yourself with all little trainings and talents of you will grow no time. So keep the woman at buying at bitter tier. Mmmh. Investing in myself. Literally. Never thought of that. Bet you glad you stopped and listened now, eh? Yeah, guess I am. Eyo, Curio, I'm coming. All that serious talk killed my boss. Time for round two. You have a good night, my boy. Okay. okay ich habe das gefühl das hat irgendwie schlimmer gemacht dass ich das ist die refresh rate oder Ja, ja, es ist gut. Hä? Jetzt hatte ich die Refresh-Rate doch hochgesetzt. Ich kapier das Spiel nicht. Ich habe mich auf die Karte geholfen. Ich habe mich auf die Karte geholfen. Ich habe mich auf die Karte geholfen. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich nicht so richtig verletze. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Nisikyama-kun! Was ist das? Was ist das? Ich bin von Madoka und Yui-chan. Ja? 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 Ja, ich bin gut. In der Zeitpunkt. Ich werde morgen mal ein bisschen am Ende kümmern. Ich habe meine Kinder hier. Die Kinder haben keine Wesen, ich glaube, Ich glaube ich, Karaoke singen. Ich denke, du bist sehr nett. Ich bin das, aber du hast ihn wirklich sehr schwer. Du hast auch geflogen, was stellst du kaltest? Du hast auch hier in den ganzen Welt, aber du hast ihn auch schon gesehen. Ich denke, du bist so wo du hast. Aber du bist so ein Typ, ist das? Und dann ist es auch viel weniger мира. Es ist ein der Greatester Wettbewerb, was wir noch nie haben. aber.. ..kirken.. ..wuch.. ..was das als Finanzial für uns? Wo ist uns ein ... Wollt weg? .. ... ... .. .. Ja, vielleicht ist es gut, wenn du jetzt bist. Wenn du in deinem Kanzler auswählst, wenn du in deinem Kanzler auswählst, dann kannst du auch die Kanzler auswählst. Das ist auch so, was du. Aber du bist nicht der Kanzler auswählst. Du bist der Kanzler auswählst. Der Kanzler auswählst, der Kanzler auswählst, warum haben wir das nicht mit den Kanzler auswählst? Das ist der Kanzler auswählst. Das ist der Kanzler auswählst. Das ist das, was du anwählst. Das ist ja das, was du anwählst. Das ist der Kanzler auswählst. Okay, jetzt wird das dick in zu werden. Wir haben k creative Protonierge, mit dem Karaoke machen wir aufwählst. Hallo. Heute werden wir mit dem Karaoke bespunnen. Ich gucke gerade mal schnell nach Soundproblemen. Easy Inputs, you won't get more than 90 points, for a chance to score more, try a lovely day. Judgment, super, okay. Gangster halt so machen, ne? Ja, nice. Okay, the hunts. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Uh, yeah. Ja, ähm. Die Performance war wirklich nicht gut. Tone Def, äh. Aber teilweise hat das Spiel auch gehangen. Das muss irgendwas mit der Framerate zu tun haben. Hm. Na, Kiryu. Omei... So, hier. 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 So. Speichern. Speichern. Ähm. Speichern. Ähm. Speichern kann ich glaube ich noch gar nicht, oder? Ähm. So, hier oben brauchen ja. Ich will mal rein so. Ich will aber mal gerade was gucken. Und zwar, ähm. Ich will gerade mal googlen. Und dann... Vielen Dank. Vielen Dank. Audio cracking, stuttering. Ja, ähm... Ich glaube, ich muss, bevor Yakuza Zero weiterspielen, muss ich, äh... Erstmal, ähm... Vielleicht besorge ich mir das auch nochmal für die Playstation oder so. Ähm... Weil mit diesem Audio-Stotterern hat das jetzt keinen... Keinen nennenswerten Sinn, ähm... Oder wir machen nochmal weiter bis zum... Mach nochmal weiter bis zum Speichelpunkt und, ähm... Ja... 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 Was ist das? 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 Kann ich jetzt hier speichern? Ja... Ja... Okay... Okay... Ja... 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 Okay... Das heißt... Ich muss... Spiele... Ähm... Ja... Wir machen gleich weiter... Ich muss gerade mal in der... Guck mal... Guck mal hier gucken... Dass ich in den... Nacusa Ordner komme... Ähm... Um dann... Ähm... Diese Indie Datei zu bearbeiten... Ja... 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 Ich muss... Hm... Ich muss... Ja... Dann... Ja... Okay. Hmm. 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 Ja, so einfach scheint es jetzt nicht zu gehen. Das tut mir jetzt auch wieder leid. Ich wollte den Stream jetzt eigentlich noch nicht so schnell wieder beenden. Gerade nur eine Stunde online. Ich gucke noch mal. Aber ich hatte es ja schon... Ich kann der Exe noch mal eine Priorität geben im Task Manager. Ach, da hat man überhaupt gar keine Optionen. Mehr bei Windows 10 der Exe irgendwelche Prioritäten zu geben. Das ist natürlich... Ich muss das jetzt einfach mal fragen. Ich muss das jetzt einen gesehen. Ich muss das jetzt einfach mal am Ende gucken. Ich muss das jetzt reinsehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt gucke ich mal, ob das immer noch die Probleme macht. Komisch, eben war es die ganze Zeit bei 60 und jetzt... Ich kapiere es gerade nicht. Ähm... Ich kapiere es gerade nicht. So. Eigentlich sollte er es jetzt bei 60 FPS behalten. Sogar... Sogar... Sogar drunter. Sogar 49 FPS. Aber es hat immer noch... Tut mir leid, Leute. Es hat immer noch dieses Frame Stuttering... Da drin... Also... Meist das... Ja... Heißt das leider, wir beenden das hier an der Stelle. Ähm... Tut mir leid, aber... Geht... Geht jetzt nicht anders. Es... Habt ihr ja jetzt auch nichts davon, wenn... Äh... Wenn das Spiel halt jedes Mal stockt, das hätte ich halt mal ein bisschen früher raus... Abchecken müssen. Aber ich dachte halt, das... Es funzt halt. Aber so ist das halt. Und... Wenn man was auf dem PC hat, was älter ist... Ähm... Ja... Funzt es nicht unbedingt auf Anhieb. Und... Ja... Muss ich mich nochmal drum kümmern. Oder ansonsten besorge ich mir das für ein Zehner mal für die Playsy. Und... Entweder... Mal gucken, wenn wir mal die Tage nochmal einen... Anderen Yakuza-Teil spielen. Oder... Ähm... Ja... Genau. Oder... Äh... Oder was anderes. Ja... Den nächsten Stream gibt's wahrscheinlich dann Freitag mit... Mit Joe. Also... Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und... Ich wünsche euch jetzt... Mal eine gute Nacht. Ja... Macht es gut, Leute.